ok dann wollen wir das mal machen und schnell beenden ja gut was heißt schnell aber wir wollen ja weiter kommen ok einmal holen bitte hallo das war so klar ich will mal was gucken das ist halt relativ stark hallo ha 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 vergisst es dein scheiß ernst ouch ich sag ja langsame waffen sind halt nicht so mein ding du näherst ich brauche mehr zorn ja brauchst du ich weiß nicht genug zorn aber die zeit relativ stark die waffe nein vergisst es ja ja baum ouch das tat weh so ein bisschen ha 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 oh weg ist er ok ähm er ist verstanden würde ich sagen hallo äh äh er ist er geht nicht wie du wünschst ja sehr ist das ganz oben ach schon ok ist wenn ich hier auf geht was passiert ich muss ihn darauf stellen wie du befehlst ja wie ich befehl ähm äh delete delete machen wir mal gucken wo wir wie wir jetzt da hinkommen hier drüber aha ok ja ist klar schön für dich aber erstmal muss ich da drüben hin glaube ich so weiter geht's hm hm oh ok dann würde ich sagen aktivieren wir den ja dass wir an den anderen rankommen und da lang ja da lang hop hopp hopp die galopp ich kann mich an die zähne überhaupt nicht mehr erinnern irgendwie hm hm ich weiß nicht warum aber irgendwie kann ich mich daran nicht mehr erinnern berp berp oh achso eins ist wahrscheinlich um nach unten zu kommen ok aha irgendwie vermute ich auch wenn es von da geht dass wieder gegner kommen vermutung ist immer ganz groß irgendwas diesmal nicht doch hier muss ja irgendwie sein also zumindest das war bei den arbeitern ja auch dass da immer etwas ist okay aber bitte wechseln schon oben die vermutung sagt mir das wird schwer wenn wir nicht jetzt schon oben sind kommen wir noch mal seite das kann ich wieder 10 von 10 sagen ja wie habe ich einige schafft falsch zu drücken und meinen naja ich werde das was anderes machen einmal kurz die hier nehmen für meine energie das wieder aufgeladen wird nach gegner guck mal da oben wenn ich rausgewinne wahrscheinlich gleich ich höre mir jetzt mal das nämlich genervt jetzt mal wieder na geht so war klar das war so klar job der knochen bewahre hallo gib mir mal energie ouch ach ja muss ich mich jetzt verarschen ich brauche mehr zahlen okay war klar dass das noch nichts hände ist knarrenriese vergiss es ich brauche energie energie gib mir energie auch in mehr zahlen gib mir energie ouch aus dem weg 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 wow komm 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 wir haben ihn gleich wir haben ihn gleich wir haben ihn gleich na Housanos Housanos Axt diese Axt diese Axt wurde eins von einem großen Dämonenfürsten in zahllose Schlachten getragen ihre Oberfläche zeigt die Qualien jener die sie erschlagen hat angeblich soll die Seele ihrer Opfer verschlingen so dass sie in ewige Agonie dahin sichen dahin sichen dahin sichen war doch richtig ok ok hm ok und ich glaube ich habe viel zu schnell vorgelesen hm ja und die soll gut sein ok ja die lädt halt nicht auf ne also entweder Zorn oder so aber es war doch ganz gut eben auf die Dinger zu wechseln weil wenn man sich so nicht aufladen kann mhm ist nicht so schön wo man liegt da noch irgendwas alles mit mir was da ist ähm ne ok ok hui an den konnte ich mich doch wieder erinnern oh ja dann wollen wir mal wieder raus hier und bestimmt wieder Gegner gleich kennt man ja na doch keine ich habe vermutet wenn es runter geht dass der Gegner wieder auftauchen so wie sonst auch hm wegwürdig naja dann halt nicht aber ist ja dann auch nicht so schlimm dann wollen wir mal wieder raus hier hopp ha so dann haben wir das nämlich auch die letzte hi das Urteil steht bevor menschen immer so ängstlich sie dein leben wie du es wahrhaft gelebt hast es ist vollbracht dein herr ruft dich stets zu diensten du vergisst deinen stand nephilim du bist vielleicht ein reiter doch ich bin ein fürst der toten dein könig verlangt eine audienz dieses reich gehört nun dem verderben an niemand der lebt kann sich gegen es stellen du schätzt mich falsch ein du reitest ohne die macht der siegel du würdest nicht einmal die kleinste prüfung des reichs überleben ich habe den champion der arena niedergeschmackt das ist nur ein spielfahler reiter es gibt andere prüfungen zur bestrafung sprich mit der stimme in der goldenen arena frag nach dem psychameron wenn du überlebst werden wir widersprechen haben wir jetzt eine andere aufgabe bekommen ne finde das sicher mehrere doch müssen wir in die goldenen arena rein ich dachte eben wenn wir ein bisschen außen können aber ist nicht bam der kann auch blocken halt ne so ich gehört mach ich aber auch nie ne in dem psychameron sprechen mhm äh wie kam es da noch mal runter mhm la 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 äh little nice sam auch doof manchmal. Jetzt habe ich das Geräusch gerade wieder gehört. Okay. Wie krieg ich das denn? Am besten. Hm. Vielleicht von hier? Ach, da komme ich jetzt so nicht mal hoch. Okay. Hier aber. Da komme ich hoch. So. Okay. Wir werden eh nicht alle sammeln. Äh. Das wollte ich nehmen. Äh. Brauche ich mal beide. Komm mit. Oder. Kommt mit. Oder sagt nur einer. Ich werde dienen. Hm. Stimme sparen. Oder Programmierung sparen. Wie du befehlst. Nein, nein, nein. Wie du befehlst. Ja. Hä? Hast du mich jetzt verraschen? Ja. Wie du wünschst. Hm. Wann geht er jetzt? Hä? Hä? Ist er echt da oben hochgegangen? Ja. Wie du befehlst. Hä? 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 Wie lächerlich ist das denn jetzt gewesen? Naja. Müssen wir mal kurz warten, bis er da ist. Du musst halt genau anvisieren. Hm. Hm. Super. Äh. Komm, befehl dich. Hi. Da. Wie du wünschst. Wie du wünschst. Und geh doch. Boah. Hey. Nur um die zwei Kisten zu kriegen, wo eh nur Müll drin ist, ne? Na gut. Da das schon was gut ist. Was haben wir hier drin? Schuhe, die scheinlich nicht wirklich zu gebrauchen sind. Verteidigung Magie, ein gefundenes Geld. Kritischer Schaden. Verteidigung würde höher gehen, ne? Na, Kraft würde aber sinken. Auf 19. Äh. Hm. Die sind besser. Dann kann ich nämlich hier doch wieder das anziehen. Wow. Naja, gut. So viel geht das auch nicht runter. Das geht. Eigentlich. Ja. Hm. Das tragen wir. Äh. Das auch. Mhm. 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 Okay. Wie du wünschst. Mhm. wo ein leider wieder bekommt mit okay was geht und tschüss ja hier geht es wieder raus dann haben wir das auch geschafft das ist der typ der aufgetaucht ist oder jetzt haben wir in die golden arena so wie er zumindest meint oder wie oder was das ist kein ort für ein pferd doch ist tschüss ach ja einfach mal umnieten ok ja dann sollen wir in die golden arena rein dann machen wir das mal tschüss dieses zurückreiten das ist immer so ein bisschen blöd können wir nicht reisen äh karte da sollen wir hin warum geht schnellreise denn nicht das ist so doof hier müssen wir natürlich wieder absteigen was muss das muss gespeichert von alleine ich muss alleine gehen ja warum ging das nicht schneller so dann sollen wir hier lang wir über die brücke ja das soll ich sagen viel zu weit und man ist finde ich aber gut hier kommen wir gleich auch in die golden arena rein wir müssen natürlich nur wieder nach oben rennen hallo Na? Autsch. Ich dachte, du nähst nicht. Bresche. Ja. Diese Neffen sehen immer. Hä? Das sehe ich ja jetzt erst. Okay. Läuft bei mir. Tschüss. 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 Boah, das war knapp. Immer schön, wenn die wenigstens noch nicht nerven. Aber einen trotzdem die ganze Zeit noch analysieren. Ich dachte, hier wäre noch eben was gewesen. Aber ist doch nicht gewesen. Gewesen, gewesen. In der Chinesen. Lalalalalala. 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 Ich muss dann hier mal lang. Kann ich das Ding oben auch öffnen, ne? Ja, kann ich. Okay. Ah. Kann die so nicht einfach rufen. Hm.